Herzlich Willkommen von Womadventure. Ja, wir fahren jetzt über den Atlas schön in die Berge hoch und runter. Dann geht es nach Agadir in die Stadt rein. Da besuche ich jemanden und dann lasse ich meine Klimaanlage auch reparieren. Die geht nämlich nicht mehr. Da schauen wir wieso. Und dann geht es am Strand entlang über Sandpiste nordwärts, nein, südwärts, Entschuldigung, südwärts runter. Ja, an einer ganz schönen steilen Klippe entlang, oberhalb natürlich. Und da nehme ich euch mit und viel Spass beim Zuschauen. Ja, an der Ich bin jetzt sieben Kilometer westlich von Tata entfernt, hingefahren, stehe in einem wunderschönen Platz in der Schlucht und bin hier gerade an einem Lost Place. Bisschen erkunden und ich meine, das sind gute Häuser gebaut, die halten lange, ausser das Dach ist überall eingestürzt. Guckt mal im Hintergrund diese Felsformationen, diese Zeichnung, sehen wir dann noch mehr, wenn wir dann Richtung Akadir fahren. Also wer hat hier mal gewohnt, gelebt, alles verlassen. Ich habe hier an diesem Superplatz übernachtet, ich fahre jetzt wieder raus. Und zwar an einer Stelle musste ich die Piste präparieren mit grossen Steinen, da muss ich wieder durch. Weil da ist schon Jahre, Jahrzehnte, vermutlich keiner mehr gefahren. So, hier ist die Stelle. Genau da vorne, da war ein riesen Loch, ich habe da Steine hingelegt. Jetzt muss ich da wieder drüber fahren. Ja, das macht riesig Spass mit einem Offroader. Da kommt man einfach an Superplätze hin. So, jetzt bin ich wieder draussen. Jetzt guckt euch das an. Das ist ja der Hammer, wie schön. Das ist ja der Hammer, der Flusslauf trocken. Oh Gott, Marokko ist ein Traubland. Ein Vario fährt im Vario mit. Ist das geil. Jetzt kommen wir zwischen den Bergen in eine riesengroße Ebene rüber. Und das Dorfleben spielt gross ab. Es hat ganz viele Menschen, ich weiss nicht, wo die alle hin gehen. Ich war vorher auf dem Dorfplatz zum Einkaufen. Vollbetrieb da. Viele Clipper, darum bin ich dann wieder gegangen, weil die kommen halt. Da sind ja 30 Kinder. Die haben nicht nur nach dem 5 0 restrieren. Und da ist auch nicht durchgegangen. Die haben nicht für 50 Minister genug gemacht. towards 15 Kn Marco. Untertitelung des ZDF, 2020 Fast kein Durchkommen, hier leben viele Menschen und alle gehen ins Dorfzentrum. Warum auch immer, auch der Name des Dorfes, Gitte Takmut, das nächste Dorf, Aztemz. Und alles sehr eng, damals waren die Fahrzeuge natürlich kleiner, die bestanden aus Esel, mehr nicht. Und jetzt schaut euch mal die Berge an, da hinten. Die sind gezeichnet von Gottes Hand. Okay, das nächste Dorf tauriert, eins nach dem anderen. Ich bin draussen, das zog sich jetzt über mehrere Kilometer in dieser Ebene, also kleine Tal, Nein, das war ja die grosse, so ein Nebenarm hier. Da muss es Wasser geben. Da hat es die Strasse weggespült, Mann. Oh, ist das geil, ey. Jede Kurve, ein Traumanblick, ey. Wow. Diese Weite, dieses Flussbett, Breite. Krass. Und diese Zeichnungen in den Bergen, diese Formen. Das ist, ja, was soll man da sagen, sprachlos. Jetzt roter Stein. Ach, das ist einfach nur schön. Ich kann nur sagen, ein Traum ist das, ein Traum. Dieses Flussbett hier, daneben die Strasse, schön breit. Also wenn da Wasser kommt, dann richtig. Letzten Februar, glaub ich, das letzte Mal. Also, das ist die P1805, kann ich sehr empfehlen. Eine Nebenstrasse. Wie immer auf Polar Steps seht ihr auch, wo ich da durchgefahren bin. Wieder ein Bergdorf, gute 1600 Meter. Hier ist gerade ein Markt. Und wir fahren mitten, mitten durch. Also, die Berge sind noch weit und immer wieder mal ein Dorf. So, da kommt mal ein Camper uns entgegen. Das Dorf ist passierbar. Die Strasse, die Passstrasse. Hanamer, das ist dann aber schon das nächste Dorf. Das Dorf liegt auf 1650 Meter. Und wie es heisst, konnte ich nicht lesen. Überall sind sie am Winken. Das ist eine Hammer, es hört mich da auf Kilometer und Kilometer. Auf 1600 etwa im Moment. Die Strasse am Horizont müssen wir wieder rauf. Vier endlos. Wir sind da knapp auf 1700 Meter. Es ist extrem steil hoch gegangen. Jetzt geht es ein bisschen über die Berge. Es ist so steil, dass der im ersten Gang runterfährt. Und ich im zweiten hoch. Krass. Jetzt geht es steil einen Pass hoch. Ich hoffe, die Strasse ist auch durchgehend, weil da muss es Hochwasser gegeben haben. Immer wieder ist sie kaputt. Wir haben hier einen Künstler. Ich habe jetzt noch gefragt, ob Agadir, ob das da Richtung Adadir geht. Der meinte ja. Also ist es passierbar. Sonst hätte er es sicher gesagt. Ist das eng hier eh. Das kann es auch geben. Ab und zu ist die Strasse kaputt. Weggeschwemmt. Jetzt geht es wieder ins Tal runter. Nach langer Zeit. Hier oberhalb in den Bergen haben sie ein bisschen einen anderen Baustil, weil sie Steine haben. Die Häuser da, die halten sicher viel länger. Ich bin in einem ganz kleinen Dörflein, da wo ich übernachtet habe. Also ich habe ausserhalb übernachtet. Und laufe jetzt einfach mal da rein. Und hier ist das Begrüßungskomitee. Und meine Hunde kommen immer klar. Die sind nicht so böse wie der Ruf. Und ich beschütze meine Hunde prinzipiell nicht. So haben sie gelernt mit allen Situationen umzugehen. Hier sind ein paar alte Bäume. Sehr alt. Und hier war das alte Wasserreservoir. Jetzt nicht mehr in Gebrauch. Sie haben jetzt Leitungswasser. Ich bin jetzt mitten in Agadir. Voll im Stadtzentrum. Und ich habe hier Verwandtschaft. Und die gehe ich jetzt besuchen. Und zwar hier wohnen sie. Und wie das in dieser Kultur übrig ist, wird dann reichlich aufgedeckt. Das ist Amalou. Arganöl. Das ist glaube ich Olivenöl. Und irgendwas Süsses. Ich weiss nicht was das ist. Ich bevorzuge das Gesunde. Die Nüsse. Nach drei Jahren hat meine Klimaanlage ein Leck. Und ich bin da gerade hier am Demontieren. Zusammen mit diesem Spezialisten. Kein Gas mehr drin. Da drin irgendwo ist ein Leck. Und jetzt suchen wir das. Wir haben das Leck gefunden. Und zwar ist es genau hier. Genau hier. Was ich eigenartig finde. Da muss es irgendwie ein bisschen herangeschlagen haben. Also bei uns würden sie vermutlich die Anlage wegschmeissen. Hier wird es gelötet. Das ist repariert. Er meint das sei ein Fabrikationsfehler. Weil das darf da gar nicht touchieren. Also berühren. Hätte Abstand halten müssen. Und irgendwie hat es da Druck gemacht. Deswegen sei das dann kaputt gegangen. Ich brauche ein Stück Metall um die Klimaanlage zu montieren. Weil ich habe sie einfach abgeschnitten. Das ist das Metall der Rahmen. Weil es zu kompliziert war den rauszubauen. Jetzt mache ich eine Konstruktion. Wo ich sie dann einfach lösen kann. Jetzt habe ich bereits einen Nachbar gefunden. Der mich da irgendwie durch die Stadt chauffiert. Und mir zeigt wo ich das kriege. Das ist Marokko. Die Klima läuft wieder. Ja ohne die kann ich nicht heizen. Also doch ich kann schon mit der Diesel. Aber das dauert alles länger. Ja ich habe jetzt noch Halter gemacht. Weil ich kann die fast nicht runter nehmen. Dann habe ich die Träger einfach durchgetrennt. Und jetzt diese Halter gemacht. Unter neu Verschweiss muss ich noch anmalen. Streichen. Und jetzt kann ich nur noch diese Schrauben lösen. Und dann kommt sie runter. Und hier stehe ich mitten in Agadir. Ich habe da übernachtet. Genau auf diesem Platz. Aber ein Wächter ist da. Da wird viel geklaut hat man mir gesagt. Ich habe es überlebt. Aber Städte sind nicht so meins. Wie kann man hier nur drin leben. Das ist der Wahnsinn. Ich brauche Natur. Ich brauche Ruhe. Aber ich bin ja auch schon älter. Ich bin in der Stadt ja aufgewachsen. Stadt Zürich. Als kleines Kind oder ein Kind. Ja kann man das jetzt nicht mehr. Ich bin gestern Abend noch rausgefahren ans Meer. Und bin da neben einem Militärkontrollpunkt. Die habe ich gefragt. Ich durfte freundlicherweise hier schlafen. Und heute habe ich richtig Arbeit. Ja und wie ihr gesagt habt. Es regnet. Es regnet. Wann habe ich den letzten Regen erlebt. Ist schon lange her. Ja auf jeden Fall. Heute meine Arbeit ist. Hundefutter kochen. Also Huhn mit Chicken Reis. Mische ich immer. Dann Videoschneiden. Ich schneide jede Woche das Video. Ja wisst ihr ja. Und Wäsche waschen. Bettwäsche waschen. Das alles mache ich hier. Es trocknet extrem schnell. Also zuvor. Ich habe zum Glück das meiste schon gewaschen. Innerhalb einer, eineinhalb Stunden ist das trocken. Der Überzug für das Bett. Jetzt ist nur noch ein Teil. Das ist jetzt halt in der Fahrerkabine. Ich habe das so gemacht. Dass ich einfach die Tür zu machen kann. Wenn es regnet. Und jetzt regnet es tatsächlich hier. Ja wunderbar. Und dann fahre ich sicher weiter. Und ich bin nicht allein. Ulrike und Ivo sind noch zu mir gestossen. Mir gefällt die schönsten Plätze. Direkt an der Küste. Sand ist da. Was will man mehr haben? So nächstes Abenteuer steht dann und zwar etwa 30 Kilometer. durch den Sand an Küstennähe. Die Ulrike ist schon mal vorgefahren. Der Sand ist jetzt momentan perfekt. Weil es ja geregnet hat. Aber heute fahren wir nur ein bisschen. Und der Rest dann morgen. Hier geht es hoch. Mal schauen wie es geht. Geht eigentlich gut. Ich habe die Piste verlassen wie ihr seht. Ehe wieder drauf. Jetzt fahre ich wieder runter durch. Da ist es ein bisschen weicher. Und jetzt geht es ziemlich hoch. Der Reifendruck ist halb hoch. Aber es ging trotzdem. Eben dank dem, dass der Sand nass ist. Hier etwas Schräglage. Aber alles im grünen Bereich. Die Strecke ist eigentlich weniger bekannt. Ich habe die einfach mal in die Futter gedacht. Ich schaue mal. Per Satellit. Oh, das ist steil. Du musst halt da hoch. Du musst halt da hoch. Aber das war mit Spätenberg. Aber das ist schon viel mehr hoch. Du kannst ja zurück. Zurück gehen. Die Ulrike kommt nicht hoch da. Aber die hat auch noch 4,5 Bar und 3,5 Bar drauf. Weil wir eigentlich heute nicht weit fahren. Ich habe gedacht, sie könnten sie mal probieren. Also ihr seht, da fährt selten eine durch. Oder die Einheimischen. Voller Sand jetzt da. Jetzt geht es richtig hoch. Aber richtig. Wow. Hat tiptop geklappt. Also nasser Sand ist bedeutend einfach zu fahren. Der Reifendruck. Bei mir ist hinten dreieinhalb. Vorne zweieinhalb. Also da ist noch viel, viel. Potential nach unten. Mal was anderes an der Küste entlang. Im Sand zu fahren. Mit den optimalen Verhältnissen. So, mal schauen. Vielleicht hat es da vorne einen Schlafplatz. Das ist unser super Platz. Die Sonne kommt gleich. Gestern war Schlechtwetter. Aber das ist egal. Das war eine Gelegenheit. Um die Kapazität meiner Batterie zu prüfen. Gestern habe ich richtig Strom verbraucht. Gewaschen, gekocht, Raclette gegessen. Und jetzt bin ich bei 8%. 560 Amperstunden sollten sie theoretisch haben. 520 verbrannt. Jetzt mache ich den Rest noch leer. Und dann kommt die Sonne. Damit ich nicht ohne Strom dastehe. Herceptive. Kapazität θα stand bestanden. Es sind etwa 245 Amperes und plusgo 5 Amperes. Messfelder auch noch. 250 Sind sicher drin. Eine zählt hat tiefere Spannung gehabt. Dieran musste dann abbrechen. aber eine ist dann ganz gut ja das kann vollkommen und jetzt muss sich alles wieder hochladen und das dauert natürlich ein paar tage ein bisschen spazieren am strand und kaum lauft man dazu den klippen müssen wir schauen ist alles voll mit fischer häuser also jeder hat so seinen platz da gebäude sogar ja da leben und wohnen auch ein paar die haben sogar eine wasserstelle mit dem eimer darunter das ein brunnen und dann holen die wasser also hier ist der brunnen da geht es runter soll ich mal einen hoch das sind etwa fünf meter nur und ich habe es probiert es ist nicht salzig obwohl da das meer ist qualität sei so ja so la la sagen die einheimischen die ganze küste entlang ist bebaut natürlich ohne baubewilligung gehe ich mal davon aus jeder hat da sein paradies geschaffen überall versteckt sind da fischer oder was weiss ich was die hier machen so haben die das ausgebaut ich glaube da sind schon manche generationen haben hier gelebt früher es geht wieder weiter der küste entlang mit ziemlicher schräglage hier muss noch mal zurückfahren die unricke hat irgendwie den arsch hintergläub weggezogen das sind meine spuren da geht noch mal zurück die unricke steht da schräg im hang aber die haben ja auch den reifendruck noch nicht runter gemacht wieder mal beruhigen sie ist da ziemlich glaube ich in panik geraten also alles halb so schlimm sieht schlimmer aus als es ist der fehler war halt sie hatte angst sie kippte ist dann zu weit rechts gefahren und dann ist sie hinter natürlich ausgebrochen zu stark eingelenkt geht auch nicht im sand ja aber so lernt man halt ist nicht so schlimm und dann sind sie wieder auf der spur mitten im hag musste ich wenden und fahre jetzt wieder hoch auf die Spur, langsam. Die ganze Küste ist mit Häusern voll gebaut, also Häusern zum Teil in den Steinreihen, aber überall. Auch Militärposten, da ist jetzt wieder eine gewesen. Also es gibt am RR-Piste eine weiter oben, eine weiter unten. Wir haben die in der Mitte genommen. Nach circa fünf Kilometern erreichen wir ein kleines Dorf mit dem Namen Sidi Bufay. Wirklich sehr klein. Also nach dem Dorf, da waren die schnell einkaufen, ist es bedeutend nicht mehr so sandig. Schade eigentlich. Auf der Suche nach einem schönen Platz, da an der Küste entlang. Die zieht sich insgesamt 30 Kilometer hin. Ja, das hier ist unser nächstes Plättchen. Da oben stehen wir wunderbar und beobachten das Meer. Und auch hier überall sind Bauten. Fantastisch einfach. Und da unten gibt es bei gutem Wellengang Fontänen. Richtig grosse Fontänen, die fünf Meter hoch springen. Und hier gut versteckt hat es ein Loch mittendrin. Und da... Wahnsinn, wie das windet hat. Meine Kappe ist gleich in die Luft geflogen. Wahnsinn, also da spritzt dann das Wasser extrem hoch. Wir sehen es da. Überall Löcher, geile. Auch da habe ich fast gehört. Das Teil ist wie ein Kamin. Und wenn eine Welle kommt, dann gibt es so eine Druckluft. Das ist Wahnsinn. Da kommt das Begrüssungskomitee wieder. Rennen her, dann bremsen sie ab, wenn meine entgegenkommen. Geil. Ja, wie ihr seht hier überall diese Wohnungen in den Felsen. Alles verbaut. Die Marokkaner dürfen das offenbar. Die müssen es nur anmelden. Keine Baubewilligung. Und dann kriegen sie eine Nummer fürs Haus. Schauen wir das mal näher an. Also, da seht ihr auch die Nummer. 2,54. Ja, ist natürlich eine Traumlage hier. Und hier wäre dann der Strand zum Baden. Wir stehen ja da oben. Wir laufen entlang der wunderbaren Klippen. Hier kann man echt baden, wenn man will. Da darf man auf keinen Fall runterfallen, weil sonst ist man weg. Da sind sie, die süssen Hündchen. Und haben uns jetzt entdeckt. Wir sind noch jung. Ja, so, das war es wieder von mir. Und danke für den Daumen hoch. Danke fürs Teilen, Verlinken. Und auch für ein Abo, allenfalls, wenn ihr neu dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, ja, herzlichen Dank. Also dann, bis in einer Woche wieder. Dann, bis in einer Woche wieder. Untertitelung des ZDF, 2020